Und they're all off and running. Das ist der Start zum sechsten Rennenpreis. Sport meint AG. Das Feld formiert sich, wer erwischt den besten Start? Peruvian Angel, Fleur di Panema in der Mitte. Ganz links innen ist es Gominols, der in der Regel nicht vorne geht. Und Mokafix übernimmt die Spitze. Mokafix, der ersten von zwei Tribünenpassagen, innen Gominols. Gefolgt von der Nummer sieben Hidden Oasis mit Fleur di Panema und der roten Kappe in schwarz und gelb. Dann folgt Peruvian Angel und klar hinter dem Feld, Sociopath. Mokafix in the lead. The first turn, second is Gominols, followed by number seven Hidden Oasis. Then the favorite Fleur di Panema with Malteser, followed by number six Peruvian Angel. And behind the other horses, Sociopath. In der einzigen Gegenseite unverändert, Mokafix, der den Weg zeigt. Wobei der Weg nicht allzu schwierig zu finden ist. Für zweiter Stelle ist Gominols, die kommen jetzt näher. Außen ist es Hidden Oasis und sehr gut gefällt mir Fleur di Panema. An vierter Stelle, Mokafix ist jetzt müde, wird innen von Gominols angegriffen. Gominols is taking the lead. Mokafix is under pressure, second is number seven Hidden Oasis and they are turning for home. Durch den letzten Bogen an dritter Stelle macht Fleur di Panema unverändert einen sehr guten Eindruck und greift jetzt an. Fleur di Panema, the favorite, is attacking, going to the second position and is now attacking Gominols, but Gominols is fighting back. Gominols gibt sich nicht geschlagen, da hat hier die Spitze, innen Gominols, außen Fleur di Panema. Fleur di Panema und Gominols, Fleur di Panema ist vorbei, Fleur di Panema mit Naomi Heller, Fleur di Panema, aber Gominols is fighting back on the inside. Fleur di Panema, Fleur di Panema vor Gominols. Dann vermutlich der Kampf zwischen den beiden Chevalet-Pferden mit Hidden Oasis oder Peruvian Angel auf dem dritten Platz und der aufgelöste Rest. Am letzten...